Wenn ich einmal groß bin, möchte ich bei der Feuerwehr am Dortmund Airport arbeiten. Genau wie mein Papa. Auch wenn am Flughafen noch nie etwas Schlimmes passiert ist, muss mein Papa trotzdem immer einsatzbereit und gut trainiert sein. Dafür fliegt er sogar bis nach England. Im International Fire Training Center haben mein Papa und seine Mannschaft die Möglichkeit, schwierige Einsätze zu üben. Hier tun mein Papa und seine Kollegen immer so, als würde es wirklich ein echter Einsatz sein. Zuerst wird ein Brand gemeldet. Dann fahren sie los. Mein Papa und seine Mannschaft wissen vorher nicht, was sie erwartet. Das wissen nur die Trainer. Echtes Feuer, schwarzer Rauch oder Bergung von Menschen in Gefahrensituationen. Musik 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 Nach jedem Einsatz überlegen sie, was gut und was schlecht gelaufen ist. Musik In England kann das Team von meinem Papa unter Bedingungen üben, als wären sie echt. So ist die Feuerwehr immer auf den schlimmsten Fall vorbereitet, auch wenn der hoffentlich nie eintritt. Und ich kann sicher in den Urlaub fliegen. Musik 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 Musik